Am 7. Kartal steht Stefan Trotter, Leitung Personalmanagement. Gefühlt bin ich aber Teil eines Teams, das tagtäglich füreinander da ist. Mein Name ist Astrid Landert-Bannesufer und ich bin Personalreferentin in der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Und wir suchen Menschen, mit denen wir gemeinsam Oberösterreichs Zukunft gestalten können. Mein Name ist Petra Becker-Klutsch, ich bin Personalreferentin, zuständig für das Recruiting in unseren Außenstellen. Wir suchen gute Teamplayerinnen und Teamplayer und starke Umsetzerinnen und Umsetzer. Mein Name ist Maria Feierer-Waldhäusl und ich begleite alle Praktikantinnen für ihren Einstieg in die Arbeitswelt. Ich bin Laura Falkner und darf einen Bewerber vom ersten Kennenlernen bis hin zum Start begleiten. Bewirb dich jetzt! Sag Ja, ich will!